Hallo, ich bin die Sophie aus der 4WK. Grüße euch, ich bin der Luki ebenfalls aus der 4WK und wir zeigen euch heute, wie es bei uns im Nadierunterricht so abläuft. Na dann kommt, schaut mal mit, wir schauen gleich mal rein. Aber Achtung, es klingt gefährlich. Ja, da läuft gerade nichts gleich mit. Frau Professor, was machen Sie denn da? Los, wir sind mal richtig gebrauchen. Vielen Dank.